Hi und herzlich willkommen hier bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und ich bin hier in der Video-App der Pico 4. Ich habe viele Anfragen von euch bekommen. Wie sieht es eigentlich aus mit Filme schauen in der Pico 4? Wie läuft das? Gibt es schon ein Programm, wo man das kann? Und ja, ihr seht hier jetzt gerade das Standardprogramm, was schon auf der Brille drauf ist. Und ich schaue mir hier einen Clip von mir selbst an, den ich gerade in der Brille aufgenommen habe. Und da dachte ich mir, hey, dann kann ich euch das ja auch mal hier zeigen, wie es aussieht, wenn man sich Filme anschauen möchte. Das Schöne hier, erstmal, es gibt keine God Rays. Ja, also wenn man sich in anderen Brillen so Filme anschaut, zum Beispiel in der Index, aber auch in der Quest 2, dann hat man das Problem von diesen God Rays. Denn die Linsen bei den anderen Headsets, das sind Fresnel-Linsen mit diesen konzentrischen Ringen. Und da sieht man diese Ausstrahlung, gerade in Szenen mit hohem Kontrast. Das ist hier nicht so. Man hat diese klaren Linsen. Und deswegen macht es super, sich ein Video anzuschauen. Ja gut, das Video ist jetzt nicht so interessant. Da zeige ich den englischsprachigen Zuschauern, was es da alles gibt hier bei der Pico für Spiele. Das zeige ich euch nachher auch noch. Aber jetzt erstmal hier zu dieser App. Ja, erstmal Kino-Filme schauen und Videos schauen hier macht echt Spaß. Keine God Rays, super klar alles. Und auch ein bisschen größere FOV. Und diese App, die schon dabei ist, die ist halt wirklich schön. Können wir einfach durchgehen, was es hier so alles gibt. Playlist, okay, das sind so die Dinge, die ich mir gerade angeschaut hatte. Das macht Sinn. Untertitel und Audio. Übrigens, das gibt alles auch auf Deutsch. Ich hatte jetzt hier die gerade auf Englisch eingestellt, meine Pico 4. Deswegen ist das alles auf Englisch. Ja, Untertitel kann man sich dann einstellen, wenn es welche gibt, für das File, was man gerade anschaut. Interessanter vielleicht die Szene. Wir sind gerade hier im P-Max Cinema. Können auch denken Pimax Cinema, aber nein. Beach Cinema, okay. Dann ist man hier am Strand. Ja, ich denke mal, das normale Kino ist ein bisschen interessanter. Und wenn man das alles nicht möchte, kann man auch Void auswählen. Aber ich denke mal, das normale ist in der normalen Ordnung. Man kann auswählen, ob man vorne sitzen möchte oder in der Mitte oder hinten. Ja, nett. Screen Size, die Größe des Screens kann man noch auswählen. Die Helligkeit. Das ist natürlich auch schön, wenn man es nicht so hell mag. Macht sogar Sinn, dass man es ein bisschen dunkler hat. So, genau. Das ist die Auswahl. Dann hier, das ist natürlich wichtig für alle von euch, die 3D-Filme schauen wollen. Erstmal, es gibt nochmal 2D. Das ist das, was ich jetzt gerade habe. Dann hier, 3D-TB oder 3D-SBS. Kommt drauf an, was der Originalfilm eben ist. Welcher 3D-Modus. Dann 180-Grad-Pano. Gibt es dann halt auch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Für 360-Grad-Filme gibt es auch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Hier, ihr seht das. Wenn ihr euch damit auskennt, wenn ihr wisst, was ihr für ein Format habt, dann könnt ihr jetzt schon mal sehen hier, ja, was alles unterstützt wird. Fisheye. Ja, also ihr seht, viele verschiedene Formate werden hier unterstützt. Das heißt, ihr habt irgendeinen, irgendeinen 3D-Film oder irgendeinen Clip und könnt euch das hier entspannt anschauen, dass es wirklich viele verschiedene Modi gibt, wie ihr eure 2D- oder 3D-Filme schauen wollt oder könnt. Ja, dann hier kann man noch einstellen, wie man das Headset aufhat gerade, wie es euch am genehmsten ist. Aber bei mir stimmt das schon. Video-Display kann man noch hier ein bisschen was einstellen. Ihr könnt also hier noch Saturation und Kontrast einstellen. Und bei 3D-Filmen könnt ihr noch was am 3D-Offset machen. Also wie ihr seht, viele Einstellmöglichkeiten. Und so kann man hier sehr schön Filme schauen. Ja, macht definitiv Spaß. Und was haben wir hier noch? Ja, hier haben wir ganz normal. Pico Video. Können wir hier vorspulen und alles. Genau. Könnt ihr auch ein bisschen langsamer laufen lassen oder schneller. Und das Format könnt ihr hier auch noch einstellen, Original. Oder ihr könnt es auf 16 zu 9 machen oder 4 zu 3, wenn ihr wollt. Also wie ihr seht, ihr habt richtig schön viele Einstellungen hier. In der App. In der App, die einfach schon bei dem Gerät dabei ist, um Filme zu schauen. Und ja. Ihr findet bestimmt ein interessantes Video, was ihr schauen wollt. Anstatt hier meine eigene Screen-Aufnahme. Aber um euch zu sagen, wie das aussieht. In der App und in der Brille. Das Schöne ist eben, dass es diese klaren Linsen gibt. Klare Linsen. Dementsprechend keine Godrays. Ich erwähnte es schon. Und das macht schon einen Unterschied. Beim Schauen von diesen Filmen. Oder von Filmen. Von Filmen allgemein. Ja. Denn das sieht einfach gut aus. Es ist ein klares, schönes, großes Bild. Und die Pico 4 ist auch einfach sehr bequem. Dementsprechend macht es Spaß, in der Pico 4 Filme zu schauen. Ja, das war ein Video, was viele von euch sehen wollten. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich zeige euch mal die App. Und das habe ich jetzt gemacht. Ja. So, hier, wenn man auf den Menü-Button drückt, bekommt man das hier. Exit and back to home. Aber wie gesagt, das gibt es auch auf Deutsch. Und dann ist man wieder hier im Heimatmenü. Und das kann ich euch ja auch noch ganz kurz zeigen, wenn ihr schon mal hier seid. Ja. Hier, User-Center. Fitness-App ist hier. Wenn ihr das einstellt, dann werden die Kalorien gezählt, die ihr verbraucht in VR. Es gibt ein Notifikations-Center mit Notifications. Ist noch nichts drin hier bei mir. Dann die Explore-Area, wo es ja die Trending-Spiele gibt. Zum Beispiel. Store, klar, das ist der Store. Da könnt ihr die ganzen Spiele kaufen. Und ja, es gibt wirklich schon viele Spiele. Ja, dafür, dass es noch nicht auf dem Markt ist. Ja, erst in zehn Tagen. Ist da schon so viel Gutes dabei. Ja, da könnt ihr so viel spielen schon. After the Fall, Rainbow Reactor Fusion. Also das Wichtigste ist schon dabei. Und jetzt auch Wreck-Room. Das ist mit Body Combat. Also das ist schön. Und da kommt täglich Neues dazu. Ja, File Manager ist auch cool. Das ist nämlich hier einfacher als auf der Quest, Dinge side zu loaden. Ihr könnt einfach das mit eurem Computer verbinden. Und dann hier was drauf spielen. Ja, und dann seht ihr was hier. Videos, Bilder, die ihr selbst gemacht habt. Hier mit der Screenshot-Taste. APKs. Ihr könnt ganz einfach Software draufladen. APKs. Hier zum Beispiel Virtual Desktop. Und dann könnt ihr es einfach hier abspielen. Also Zeit-Loaning ist schon einfach eingebaut. Was wirklich schön ist. Remote Play, Local Network. Das heißt, wenn ihr im Netzwerk seid und was streamen wollt, das geht auch. Sehr schöner File Manager. Ja. Dann meine Library. Das sind einfach eure Games. Da ist schon einiges drauf. Fitness drauf. Der Streaming Assistant. Damit könnt ihr dann PC VR-Spiele streamen. Entweder über Wireless oder über Kabel auch. Über USB-C. Das geht auch. Der Pico Browser. Das ist ein sehr schöner Internet-Browser. Ja, dann für die ganzen Streaming-Sachen alle schon drauf. Apple TV+, Twitch, Paramount, Disney+, Prime Video, YouTube. Ja, genau. Also schon sehr viel drauf. Jo, und dann hier die Quick Settings. Schnelleinstellung. WLAN. Kann man die Boundary einstellen. Die Grenze. Screencast. Man kann das halt casten an den Fernseher oder so. Screenrecording. Das mache ich gerade für euch. Screenshot. Helligkeit. Ihr seht, ich habe es hier vielleicht auf 70% und es reicht vollkommen aus. Ja, Lautstärke. Bluetooth für Kopfhörer oder sowas. Ja, hier IPD-Adjustment. Ne, das ist ja schön. Da stellt ihr euer IPD ein. Einfach so. Und das wird dann per Motor richtig eingestellt. Richtig, richtig gut. Jo. Genau. Genau. Das war's. Das war's. Was ich euch hier zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, wenn ja. Ihr das verpasst. Und ich freue mich darauf, mit euch zu chatten vielleicht auf dem MRTV Discord Server. Ich bin da und die ganze nette Community auch. Und da werden auch eure Fragen im Detail beantwortet. Also würde uns sehr freuen, euch auf dem MRTV Discord Server. Link unten in der Beschreibung zu treffen. Und das war's jetzt aber. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.